Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Micha und Matze. Servus. Gruß Gott alle Leute hier, die hier schwitzen müssen. Angeblich sind es nicht alle. Irgendjemand in Deutschland ist ja auch so ein Verräter, der gerade kühle Luft hat. Ich meine, seien wir mal ehrlich, unser Wetter ist momentan ein ziemlich großes Chaos. Und die Props gehen raus an die Klimakleber, also den Frankfurter Flughafen unter Wasser setzen. Also das war mal eine Aktion. Respekt, ne? Ja, da würde ich sagen Hut ab. Das habe ich gehört, in Nürnberg war ja gestern auch stark Regen. Und die haben dort, also der Verband dort hat mitgeteilt, dass sie das Klimakleben aussetzt, weil das Hochwasser die Straßen sowieso schon blockiert. Ja, da geht gar nichts mehr. Es waren 110 Liter pro Quadratmeter nach vor zwei Stunden laukache beim Wetter. Da hättest du sein Seepferdchen machen können bei der Wassertiefe. Ja, es ist, also wir, versteht es nicht falsch, wir wollen es nicht darüber lustig machen. Das ist wirklich übel. Und es ist halt leider so, dass unsere Politik halt leider weiter pennt. Weil es muss langsam mal ein bisschen darauf vorbereitet werden, was da noch auf uns zukommt. Aber, naja, wir sehen es ja. Die Städte haben keine Lust dazu. Warum auch immer. Das Auto ist halt wichtiger. Ja. Wir Nachrichtenleute haben dafür eine ganze Menge zu tun. Überall passiert was sehr Interessantes, auch in Japan, mit eingeschlossen. Richtig. Aber bevor es losgeht, wir haben diese Folge wieder einen Sponsor, nämlich den Blumenbar Verlag mit Mord auf der Insel, Insel Gokumon. Ja, ein Teil von 70 Romanen. Eine riesige Reihe, die in Japan in den 50ern und 60ern losgegangen ist und in den 70ern ganz große Beliebtheit und Berühmtheit bekommen hat mit mehreren Filmen. Hat Anime nach sich gezogen und Manga und alles mögliche. Und bis heute ein Riesending ist erst in den letzten Jahren in der englischsprachigen und deutschsprachigen Welt mal rausgekommen. Und es ist ein Genuss, der sehr nach Agatha Christie sich anfühlt und für diese Fans von solchen Krimis auf jeden Fall zu empfehlen ist. Genau. Diesen Krimi-Leckerbissen gibt es ab sofort für 22 Euro, entweder direkt beim Blumenbar Verlag oder wo man halt sonst Bücher in digitaler oder halt auch in physischer Form bekommen kann. Genau. Und wir verlinken euch natürlich noch etwas in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es dann noch ein interessantes Interview mit der Übersetzerin. Das ist wirklich sehr interessant. Können wir euch sehr empfehlen. So, dann legen wir mal los, denn diese Woche hat eine News besonders, ich sag mal, die Runde auch in der deutschen Presse gemacht. Denn Japans Wirtschaft ist gewachsen und zwar um 6 Prozent zwischen April bis Juni. Das ist wirklich ordentlich und man hat überall das volle Lob gehört und Ökonomen haben, boah, krass, etc. Und dann gab es halt Vergleiche, in Deutschland müsste das wie Japan machen, bla 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 bla. Und bei der gesamten Presse, und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ich hier gerade sitze und mir so denke, ich würde am liebsten etwas ganz Bestimmtes zeigen, kann ich aber nicht. Ist nämlich, meine lieben Herren Ökonomen, ihr habt nämlich ganz artig vergessen zu erwähnen, das Geld kommt bei den Menschen nicht an. Denn tatsächlich ist es so, ja, die Wirtschaft ist gewachsen. Ja, die japanische Regierung bürstet sich gerade damit, dass das politische Maßnahmen total toll sind, bla, sitz, blub. Problem ist halt, Inflation ist sehr hoch. Dadurch ist der Konsum das erste Mal tatsächlich nach unten gegangen und der Konsum ist wichtig. Ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für das Bruttoinlandsprodukt. Deswegen sind die Aussichten auch gar nicht so toll. Naja, und zum anderen ist es so, wenn man sich das Ganze mal komplett nüchtern betrachtet anschaut, dann sieht man nämlich, dass politische Maßnahmen gar nichts gebracht haben, weil das ist einfach eine Erholung einer abgewirkten Wirtschaft, halt wegen der Pandemie. So, die Einschränkungen sind vorbei und Touristen strömen wieder rein. Ist doch kein Wunder, dass die Wirtschaft wächst. Ja. Es ist so lustig, dass sie so überrascht tun. So, ups, hoppala, wo kommt denn das jetzt her? Die Wirtschaft wächst schon, aber es ist halt auch sehr schräges Wachstum. Ich meine jetzt nicht seltsam, sondern wirklich optisch schräg. Von den ganzen großen Firmen, von den sehr großen Firmen sehen über 80 Prozent so richtig gute Wachstumsprognosen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Japan besteht so aus 70 Prozent seiner Wirtschaft von kleineren und mittleren großen Firmen. Und die sehen das nicht so besonders gut. Und natürlich auch die Verbraucher. Also die ganz Großen und ganz Reichen, die können jetzt absolut grinsend in die Röhre schauen. Denn die haben gute Prognosen, da sieht es gut aus. Aber im Großen und Ganzen heißt es nicht unbedingt, dass es der Wirtschaft gut geht in Japan. Da ist überall... Naja, es stellt sich auch die Frage, wie nachhaltig das Wirtschaftswachstum ist. Und da sagen halt tatsächlich Leute, die sich das Ganze vorher mal genau angeschaut haben, das ist nicht nachhaltig. Und man rechnet jetzt auch damit, dass das Ganze halt erstmal nicht mehr so stark wachsen wird, wenn nicht sogar auf den Boden klatschen wird. Weil das war wirklich ein sehr schnelles Wachstum. Aber wenn man halt eben sieht, die Reallöhne sinken zum Beispiel. Und die sinken sehr schnell. Dazu kommt, dass die Inflation immer noch sehr hoch ist. Also jetzt im Juli waren es 3,2 Prozent mehr. Das ist ja deutlich über den Ziel der Bank of Japan, die halt eine zweiprozentige Inflation anstrebt. Und die Lohnerhöhungen sind im Prinzip komplett aufgefressen worden. Tja, und jetzt stellt sich halt die Frage, weil ja diese politischen Maßnahmen so gelobt werden. Tja, die Subventionen werden höchstwahrscheinlich bald auslaufen. Also die Strom- und Gaspreisbremse. Das heißt, es wird einfach weiter teuer. Und es wird vor allen Dingen teuer auch in einem Bereich, wo man mal ganz ehrlich sagen muss, ja, das ist ganz, ganz schlecht für Japan. Denn gerade Familien mit kleinen Kindern werden immer stärker belassen. Das ist nämlich Fakt, dass Windeln, Säuglingsnahrung und also alle möglichen Babyartikel tatsächlich viel schneller und höher im Preis steigen als alle anderen Artikel. Und zwar sind die Babyartikel alleine im Juni um 9,3 Prozent gestiegen. Die normale Inflation lag aber bei 3,3 Blar-Prozent irgendwie. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, gerade wenn man eine sinkende Geburtenrater hat. Das ist sehr ungünstig. Also Fakt ist halt einfach, die Regierung schmückt sich gerade mit Blümchen, die nicht wachsen, weil... Und man sollte sich auch nicht in Deutschland zwangsläufig etwas von Japan gerade abgucken. Weil das ist einfach ein Ding, was wir hier nicht hinkriegen würden. Hinzu kommt übrigens ein kleiner Funfact, wenn man sich mal unsere Wirtschaft genau anschaut. Weil momentan heißt es ja, huhu, deutsche Wirtschaft, kranker Mann, von Europa, bla bla bla. Nein, so schlimm steht es in unserer Wirtschaft übrigens gar nicht. Aber dazu müsste man sich das alles genau angucken und vielleicht mal den Panikmodus verlassen. Also ja, wir sind in einer schwierigen Lage, aber es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Wirtschaft hier gerade komplett am Umkippen ist. Also komplett am Umkippen ist Japans Wirtschaft dann nun auch wieder nicht. Aber die Belastung hat sich nicht unbedingt verbessert. Also es ist nicht so, dass es so eine kleine Pflanze ist, die wunderbar gewachsen ist und außenrum steht der ganze Garten in Flammen. So ein Problem ist es nicht. Nein, natürlich nicht. Dünger haben wir trotzdem nicht übrig für den Rest der Pflanzen. Also es ist halt so, ja, hohe Zahlen sind immer toll. Natürlich, das sieht auf den ersten Blick immer richtig gut aus. Aber man muss halt sich alle Bereiche angucken. Und wie gesagt, der private Konsum ist halt eben, ich glaube, der macht zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktors von Japan aus. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und der ist halt am Absacken. Und deswegen kann das Wirtschaftswachstum definitiv nicht nachhaltig sein. Dazu kommt, China macht ja mittlerweile Zicken, was den Import angeht von japanischen Lebensmitteln und so weiter. Es ist halt nicht ganz so rosig, wie uns das gerade verkauft wird. Ja, und auch Japans Exportzahlen sind nicht so rosig, ne? Richtig, die sind eingebrochen. Also, das wird auf die Jahresendbilanz wahrscheinlich nicht wirklich große positive Einflüsse haben, diese kurzzeitige Wachstum. Schätze ich auch nicht. Also, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir können natürlich auch nur raten. Wir kennen ja die Nachfolgezahlen nicht. Und in Zukunft schauen können wir noch nicht. Aber dann würde ich auch kaputt was machen, dann würde ich Lotto spielen. Nein, es ist halt tatsächlich so, was ich daran so faszinierend finde, ist die Art, wie erst das berichtet wurde. Und zum anderen auch, wie teilweise auch einige Politiker von uns das hier aufgegriffen haben. Speziell übrigens auch mal wieder aus den üblichen Parteien, die man sowieso nicht mehr ernst nehmen kann. Aber das ist halt eine Verzerrung oder eine falsche Wiedergabe. Das ist einfach zu oberflächlich gesehen. Und das ist definitiv mal wieder ein falscher Weg. Aber solche Sachen haben auch Einfluss, ne? Wir wissen ja auch, dass die Börsen von solchen Sachen beeinflusst werden kann, stark, ne? Ja gut, wenn Musk pupst, dann ne, pf, ne? Das ist klar. Es ist halt nur so, wir haben halt in der letzten Zeit nicht so prickelnde Wirtschaftsnachrichten aus der ganzen Welt. Und dann wird sich halt auf das einzige halbwegs Positive gleich mal gestürzt. Ja, aber das ist so ähnlich wie die ganzen Negativnachrichten. Auch bei den Negativnachrichten, man sucht immer die große Schlagzeile. Wenn man sich das aber genau anguckt, und das haben sehr viele mittlerweile auch getan, also Leute, die sich ja damit auskennen, dann sieht man halt, die Situation ist nicht ganz so schlimm, wie uns gerade versucht wird, weiß zu machen. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses MIT, das ist so für Mittelstand, Blasus, Blub, so eine Gruppe innerhalb der CDU. Die kommt ja schon gar nicht mehr aus dem Panikmodus raus. Das ist schon, also, boah, wir werden morgen alle total arm sein, auf der Straße leben und so weiter. Nein, es ist nicht so schlimm. Ja, es ist halt aber auch schwierig einzuschätzen, wenn man selbst jetzt kein Wirtschaftsexperte ist. Weil wenn man auf den ersten Blick nur irgendwelche Zahlen sieht und weiß ich nicht, oh, so und so viel Prozent ist das jetzt und so, dann hört sich das halt schon schlimm an. Dass man da halt ein bisschen genauer hingucken muss, ist halt die andere Sache. Aber erstens, wer hat die Zeit dafür und wer interessiert sich auch? Ja, das ist auch noch richtig. Aber darüber meckern tut man dann trotzdem. Und dann sind wieder komischerweise bestimmte Parteien schuld. Entschuldigung, eine Partei. Na gut, egal. So, aber wenn wir gerade bei Parteien sind, kommen wir mal zu, Ja, ich sag jetzt mal etwas, wo wir wahrscheinlich gleich alle neidisch werden. Denn es gibt ja die Probleme mit der Mind-Number-Karte. Also, wir wissen ja, großes Chaos, vertauschte Datensätze etc. Blablabla, das zieht sich ja mittlerweile schon seit Monaten hin. Und nur ist es so, dass Japans Digitalminister Taro Kuno gesagt hat, ja Leute, ich gebe jetzt freiwillig drei Monatsgehälter zurück, denn ich bin dafür verantwortlich. Hm. Ich gucke gerade so neidisch auf Japan, ehrlich. Und dann fällt mir an die Scheuer ein und ich denke mir nur so, oh Mann, wenn der mal Verantwortung übernehmen würde. Hm. Ja. Dazu kommen aber noch ein paar andere spannende Fakten. Es ist nämlich so, tatsächlich ist das ganze Fehlergerüst eigentlich entstanden, weil ein Mitarbeiter vergessen hat, seinen Vorgesetzten zu informieren. Es stellte sich nämlich raus, dass der gute Taro Kuno das Ganze von den Fehlern erst seit Anfang Juni tatsächlich weiß. und davor wurde aber schon ein Mitarbeiter von einem Ministerium kontaktiert und gesagt, hey Leute, da gibt es ein Problem und ja, der hat es halt einfach nicht weiter gemeldet. Blöd. Ja, das ist ungünstig. Mhm. Hätte der mal dem Herrn Digitalminister gesagt, dass er öfters mal auf unsere Webseite gucken könnte, hätte das wohl erfahren, was das mal ein Problem hat. Ja, okay. Ach nee, aber ganz ehrlich, das mag zwar nur eine große Geste sein, was er da tut, aber nicht nur für japanische Politikerverhältnisse ist es schon mal schön zu sehen, dass jemand bereit dazu ist, ein bisschen kürzer zu treten. Sagen wir mal so rum, es zeigt zumindest, dass Taro Kuno ein ganz klein wenig mitdenkt, denn er wird dafür verantwortlich gemacht, er muss da auch ordentlich Kritik in der letzten Zeit einstecken und so ein Schritt, so was erwartet man normalerweise nicht gerade von Politikern, die sich ja eigentlich gerne an dich rausreden als alles andere. Und von daher, ja doch, also ich finde es vernünftig, man steht halt zu den Fehlern in seinem Verantwortungsbereich. Es ist ein kleiner Toast, ja, zumindest. Na ja, immerhin, ne? Ja, die Frage ist nur, wie die japanische Öffentlichkeit darauf reagieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob die zufriedengestellt werden können, Moment, was das My Number-Thema angeht, da sind sie ja nicht zufrieden. Nein, das Problem ist ja, dass, also, wie gesagt, Taro Kuno ist der Digitalminister und wird gerade von allen Seiten in die Verantwortung genommen. Problem ist aber, dass bei der Reaktion da drauf der Premierminister wiederum in der Kritik steht, denn viele Menschen meinen, dass er sich einfach nicht genug kümmert. Also wird sich da nicht viel ändern. Aber die Zahlen kommen nächste Woche, das heißt also, wir werden im nächsten Podcast wahrscheinlich dann drüber berichten können. Jo. So, ebenfalls nochmal Politik, das ist für mich auch ganz wichtig, denn die größte Fraktion innerhalb der LDP hat einen Nachfolger für Shinzo Abe gefunden, nach Monaten, also genau genommen etwas mehr als ein Jahr. Um das System kurz zu erklären, wer es nicht kennt, die LDP ist in Fraktionen aufgeteilt. Es gibt einmal so die Ultrarechtskonservative, dann gibt es die Linken etc. Also da gibt es haufenweise kleine Grüppchen. Und die größte Fraktion ist die Rechtskonservative und die bestimmt eigentlich, seitdem die LDP an der Macht ist, immer die Politik von Japan. Eigentlich kann kein Premierminister ohne Rückendeckung von dieser Fraktion regieren, weil die könnten einfach rotzfrech alles blockieren. Und dadurch passt sich die Politik jedes Premierministers irgendwo an diese Fraktion an. Man hat in der letzten Zeit gemerkt, dass diese Fraktion, Abe-Fraktion, halt an Macht verloren hat. Deswegen konnte Fumio Kishida auch ein bisschen freier regieren. Ob sich das jetzt ändert, ist abzuwarten. Aber zumindestens, sie haben jetzt tatsächlich endlich mal einen Nachfolger. Also ist das jemand, der die einen kann? Oder ist das, ich habe keine Ahnung, die haben sich den Nachfolger gewählt, weil ohne irgendeine Figur an der Spitze dazustehen, sie vielleicht dann schwach aussehen lässt? Oder wie war das? Also das Problem ist folgendermaßen. Das Ganze hat aus dem Grund gedauert, weil einige Fraktionsbegleiter gesagt haben, Leute, wir hätten gerne eine kollektive Führung. Also sprich, wir entscheiden halt alle. Und einige haben halt drauf gebraucht, nö, wir bleiben bei dem Ein-Mann-System. So, jetzt wurde halt jemand gewählt, der sitzt zwar im Repräsentantenhaus, ist aber eigentlich, ja, nicht unbedingt gerade der bekannteste. Anders als Abe. Der war ja wirklich bekannt wie ein Butterhund und hatte ja vor allen Dingen auch Macht wie kein anderer. Er war ja im Prinzip eigentlich die mächtigste Figur der japanischen Politik. Also man will jetzt halt Einigkeit zeigen, auch aus dem Hintergrund, weil man damit rechnet, dass Kishida den nächsten Kabinett auflösen wird. Und um da wieder an Stärke zu gewinnen, müsste man halt ein paar Minister aus der Fraktion unterbringen. Ob es halt funktioniert, ist fraglich. Wäre schön eigentlich, wenn nicht, weil, ja, Japans Politik pennt ja bekanntlich immer ganz gerne mal ein bisschen. Wird Zeit, dass das aufhört. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die neue und frische Ideen hätten, um die japanische Politik, ja, in eine schöne Richtung zu befinden. Frische Ideen von Rechtskonservativen? Ja, also wie gesagt, ich zweifle daran. Ja, gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Tut mir leid, aber es ist eine Rechtskonservative, da kannst du keine frischen Ideen erwarten. Das ist eher so, never change your running system. Die Sache ist auch die, die ganze LDP ist ja politisch gesehen relativ rechts. Und es ist echt die Frage, ob egal welche Fraktion der LDP sich an die Spitze kämpfen würde, ob das irgendwie große Änderungen der Politik bewirken würde. Hm, also da brauchst du ein bisschen, nee, also ich glaub's auch nicht. Logisch, vielleicht irgendein Experte könnte dazu mehr sagen. Aber egal, was die LDP bisher gemacht hat in den letzten, was ist 30 Jahren, das hat sich nicht unbedingt massiv geändert. Nein, das Problem ist halt, was man eigentlich überall hat. Konservative, jetzt mal das Rest lassen wir mal weg, wir nehmen jetzt einfach nur mal konservativ, sind halt nicht so Freund von Änderungen. Das ist ja so, man kennt das System, man ändert's nicht, bumm, fertig aus. Was das in Japan oder aus Japan gemacht hat, sieht man, man hat viele Probleme, aber ganz, ganz wenige Lösungen. Oder die mal eigentlich gar keine Lösung, wenn man es genau nimmt. Und natürlich guckt die LDP extrem stark auf die Wirtschaft. Ich meine, klar, die Wirtschaft muss laufen, aber dann geht's halt nicht automatisch den Menschen gut, sondern dann geht's immer nur eine Handvoll gut und der Rest, ja, der kommt gerade so über die Runden und das ist halt in Japan passiert. Dazu kommt, dass die Politikverdrossenheit ja bekanntlich sehr hoch ist und auch das hat man ja irgendwo der LDP zu verdanken, weil die ist ja eigentlich fast ununterbrochen seit Jahren an der Macht. Das war, glaube ich, 2011, also zur Fukushima-Zeit ist dann, da gab's mal eine Änderung, aber da ist ja dann leider das Kraftwerk implodiert, beziehungsweise havariert und, tja, das Katastrophenmanagement war jetzt auch nicht unbedingt gerade das Beste und hups, war die Partei weg, die gibt's mittlerweile übrigens nicht mehr, die hat sich dann mal eben umbenannt. Tja, also ist das hier nur ein kleiner Schritt auf die mögliche, leichte Änderung der Kurse in der Politik, wenn das Kabinett sich auflöst, aber naja, auch da werden wir wahrscheinlich keine gigantischen Umwälzungen sehen, oder? Nein, es wird keine Umwälzungen geben, also klar, Kishida wird an seinen Wegen festhalten oder beziehungsweise an seinen Aussagen, so Vermögensumverteilung, bla, salz, blub, aber mehr als hohle Phrasen sind's nicht, denn seitdem er an der Macht ist, sagt er das ungefähr alle vier Wochen, ne, das findet eine große Umverteilung statt und was ist passiert? Die Umverteilung ist nirgendwo angekommen, aber schön, dass er das immer wieder sagt. Also in einer japanischen Politik wird sich nichts ändern, wenn diese Fraktion halt weiterhin so verdammt stark wird, weil da sitzen eigentlich die ganzen Schwergewichte drin und dadurch, dass sie halt so viele sind, nicht umsonst die größte Fraktion, können sie halt ohne Probleme den Kurs der Partei auch bestimmen und damit halt logischerweise auch den Kurs des Premierministers. Die Frage ist halt nur, wie lange können sie sich das eigentlich noch erlauben, so festgefahren zu handeln oder beziehungsweise immer dasselbe Spielchen mit ihren Marionetten zu spielen, setzen irgendjemanden hin und der macht im Prinzip auch nur das, was halt die hintergründigen Interessen sind, weil wir sehen ja, dass die Bevölkerung eigentlich immer mehr unzufrieden mit den ganzen Ram-Tam-Tam ist. Ja, aber solange sie nichts anderes wählen, weil aus Politikverdrossenheit resultiert meistens eher, dass es mehr Nichtwähler gibt und das bringt es halt auch nicht. Man traut ja der Opposition auch nichts zu. Ich meine, klar, wenn man sich die genau anguckt, dann sieht man auch nur einen total zerstrittenen Haufen. Kann man ganz gut auch wieder mit uns vergleichen. Unsere Opposition kann es im Prinzip auch in die Tonne treten, aber leider ist unsere Regierungskoalition ja auch total zerstritten. Haha, witzig. Und ja, man weiß einfach nicht, wie man da wählen soll und das kann ich nachvollziehen. Das sagen halt sehr, sehr viele Menschen, weil egal was wir wählen, wir kriegen eh immer dasselbe. Nur so lange wird sich halt auch nichts ändern. Ja, leider. Es ist halt immer dasselbe Lied. Immer dasselbe. Also ich weiß gar nicht, ob es möglich ist in den nächsten zehn Jahren, dass wir irgendeine kritische Ansammlung von Masse sehen, im Sinne von wegen, dass die Probleme so groß werden, dass die Leute auf jeden Fall die Regierung wegdrängen. Nein, das wahrscheinlich nicht. Wir werden einige Probleme oder einige Probleme werden in den nächsten Jahren definitiv größer. Darunter halt eben der Fachkräftemangel und die Geburtenrate. Weil wirklich gegengesteuert wird ja nun mal einfach nicht. Das wird kommen, aber ob das dazu führt, dass ein Politwechsel stattfindet, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Das wird wahrscheinlich noch länger dauern. Jo, definitiv. Also meistens genau dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Das sagt die Geschichte ja bekanntlich schon. Jo. So, kommen wir weg von der Politik. Es gibt nämlich auch gute Nachrichten. Wie ich ja schon eben sagte, es reisen wieder viel mehr Touristen nach Japan. Und das sagen auch die Zahlen vom Juli. Tatsächlich sind im Juli 2,23 Millionen Menschen nach Japan hingereist. Das sind 12 Prozent mehr als im Juni. Und das ist ordentlich. Liegt aber immer noch 22 Prozent unter dem Juli 2019. Ist aber trotzdem ein schöner Anstieg. Ja, sie sind im Endeffekt so auf Mitte der 2000er Niveau wieder. Richtig. Dadurch, dass jetzt aber China gesagt hat, naja, wir erlauben jetzt wieder Gruppenreisen nach Japan, dann können wir davon ausgehen, dass es im nächsten Monat locker 2019 wieder erreicht. Ich, hui, 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 hui. Ich meine, das ist natürlich für die Wirtschaft ganz schön. Aber wir wissen ja bekanntlicherweise, dass das auch mit gewissen Problemen dann wieder verbunden ist, ne? Ja, wir freuen uns schon auf die Nachrichten. Maikas werden von Fotografen gejagt. Ach, naja, das ist ja, glaube ich, das kleinste Übel, sage ich es mal so. Ich weiß nicht. Also als Maika würde ich mir jetzt nicht unbedingt gerade gerne von Fotografen gejagt werden. Ob das jetzt... Hm, nein, also der Overturbism ist ein Problem und der wird auch wieder zum Problem werden. Da kann man fast von ausgehen. Aber gut, für Japan selber ist es gut, weil das ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und man will ja auch allgemein das stärkern. Also es soll ja so sein, dass pro Jahr, was waren das, 5 Millionen Menschen nach Japan kommen sollen. Das ist immer locker doppelt so viel wie jetzt gerade aktuell. Und die sollen natürlich ordentlich Geld ausgeben. Und darauf hofft man natürlich. Ja. Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Japan. Im Moment ist die Tourismusbranche noch sehr geschwächt. Hat nicht unbedingt volle Kassen und massenweise Personal. Gerade das Gegenteil. Sie ringen, Hände ringen darum, mit den riesigen Touristenmassen fertig zu werden. Aber falls die so gut rauskommen aus den ersten paar Wellen, dann kann es auch sein, dass sie das Ruder rumreißen können. Und dass die Tourismusbranche auch eine mögliche... Da gibt es immer ein Problem. Dazu müsste man keinen Arbeitskräftemangel haben, um die Massen auch zu bewältigen. Blöderweise hat man leider einen. Ja, aber wenn die Tourismusbranche genug Geld hat, um Leute anzulocken, die dort arbeiten möchten mit ordentlichen Löhnen, dann kriegen sie auch Leute. Also das ist so ein Hähnchen-und-Ei-Problem. Du musst eins vorher haben, damit irgendwas weitergeht. Du sagst gerade etwas, aber ich habe leider am Pfeifen gehört. Waren das ordentliche Löhne oder so? Ich meine, wenn die erdrückt werden von Touristen und das Geld einfach nur so fließt, dann ist es denen egal. Dann sagen sie auch, kommt, Arbeit für mich, du kriegst halt mehr Geld. Aber Hauptsache, du arbeitest für mich. Das Problem ist bei der Branche eigentlich schon da. Tatsächlich merkt man das gerade bei Hotels zum Beispiel. Die sind eigentlich sehr, sehr gut gebucht, wenn nicht sogar teilweise ausgebucht, weil auch die Hotelübernachtungen steigen natürlich ordentlich. Die haben auch schon wieder vor Pandemie-Niveau erreicht. Das Problem ist nur, dass in der Branche, und das zeigen tatsächlich auch die Statistiken der Regierung, dass die Branche nicht bereit ist, mehr zu zahlen. Ja, die haben auch nicht ihre roten Zahlen von den letzten zwei Jahren schon eingeholt. So schnell geht es ja noch nicht. Die sind noch sehr, sehr risikoscheu. Ja, das ist aber so. Andere Wirtschaftszweige sind da um einiges weiter. Selbst kleine Unternehmen haben mittlerweile begriffen, okay, wir haben hier so einen Fachkräftemangel. Da müssen wir jetzt auch mal was bieten. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Initiative, dass man die Studiengebühren der neuen Mitarbeiter einfach zurückzahlt, weil die sind ja hoch und hoch. Und da machen vor allen Dingen, also klar, keine einzige Branche aus dem Tourismusbereich oder kein Unternehmen aus dem Tourismusbereich mit. Aber dafür alle anderen Branche. Also selbst die Baubranche ist dabei. Und um sich so attraktiv zu machen und selbst Kommunen machen damit, damit sie halt Lehrer zum Beispiel gewinnen. Das ist also sehr faszinierend. Tourismusbranche gar nicht. Ja, das ist natürlich interessant, weil jetzt ist gerade so ein Umbruchzeit, wo sich die Firmen und die Zweige in der Wirtschaft beweisen können, indem sie was sich trauen und Geld investieren für die Zukunft. Und wenn die Tourismusbranche das im Großen und Ganzen verschläft, tja. Was sie gerade im Prinzip macht, weil der Arbeitskräftemangel ist da. Und es ist normal, also die Unternehmen positionieren sich schon seit geraumer Zeit und locken natürlich mit immer besseren Angeboten, damit sie Bewerber abbekommen. Man könnte reagieren, man will aber anscheinend nicht. Ja, aber die Millionenmarke, also diese richtig guten, die haben wir auch erst seit ein paar Monaten. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu voreilig. Ich meine, es ist ein großes träges Wirtschaftssystem. Ja, aber man muss sich trotzdem einstellen. Ja, irgendwann muss es passieren. Und zwar früher besser als später. Ganz genau. Aber dazu kommen wir übrigens gleich noch. Da haben wir noch ein anderes Thema, was da ganz gut reinpasst. Nur ganz kurz als Funfact. Aus Deutschland reisten im Juli 19.100 Menschen nach Japan. Das sind 2,7 Prozent mehr als im Juli 2019. Und in den ersten sieben Monaten des Jahres waren es insgesamt 125.900 Menschen aus Deutschland. Und damit halt 8,2 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Das heißt also, langsam wächst das auch wieder. Aber Deutschland spielt halt noch nicht wirklich eine Rolle. Denn zum Vergleich, mit insgesamt 3.755.330 macht Südkorea die größte Gruppe in den ersten sieben Monaten aus. Naja, also, ja. Und dann kommt ja bald wieder China und da geht es dann explodieren. USA ist auch ganz gut vertreten. Aber Europa eigentlich gar nicht. Jo, ich meine, das heißt einfach doch nur, dass deine Chancen, in Deutschland zu treffen, in Japan beim Urlaub, genauso gut stehen wie vor der Pandemie jetzt, oder? Das heißt eigentlich, in Deutschland zu treffen, also deutschen Touristen zu treffen in Japan als Tourist, ist so gut wie ausgeschlossen. Was das Ganze vielleicht auch ganz angenehm macht. Naja, ja. Man muss es immer positiv sehen. So, kommen wir zu dem Problem, das ich gerade angesprochen habe. Es ist nämlich so, dass es gibt ja, wie soll ich sagen, dieses lustige Programm der ausländischen Praktikanten. Das heißt ein bisschen anders, aber wir können das leider nur so übersetzen. Und zwar bedeutet das, man holt Ausländer für ein paar Jährchen nach Japan. Dort sollen sie halt Skills lernen, die mit in ihr Land nehmen und dem Land damit helfen. Tolles Programm, wurde damals eingeführt. Problem ist, es hat sich dazu entwickelt, dass es von Unternehmen eher als, hey, wir kriegen billige Arbeitskräfte, yay, benutzt wird. Und deswegen steht es noch seit Jahren in der Kritik und wird auch gerade überdacht. Es gibt auch Vorschläge, das Programm einfach ganz einzustampfen, weil der Ruf ist sowieso schlecht. Und ja, es gibt einfach zu viele Fälle von, es wird wirklich ein Problem. Und nur ist es so, hat das japanische Arbeitsministerium mal wieder ein bisschen geguckt und hat 9829 Unternehmen überprüft. Und dabei stellt sie in 7247 Unternehmen teils gravierende Verstöße fest. Es hat auch dazu geführt, dass ein paar Unternehmen direkt an der Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sind, weil da läuft einige schief. Der größte Mangel, in Anführungsstrichen, weil Mangel ist eigentlich das harmloseste Wort, ist nicht gezahlte Löhne oder einfach Sachen machen, für die man gar nicht geschult worden ist. Also zum Beispiel über eine Tonne Last mit dem Kran bewegen, aber nie eine Einführung bekommen, wie man den Kran überhaupt benutzt. Ähm, sagen wir mal, habt ihr Kräne wie Sand am Meer, ihr Firmen? Ich würde das nicht jemanden machen lassen, der keine Ahnung davon hat. Der Kran ist schnell putt. Oder es echt hat. Naja, oder versehentlich Leute, die da rumlaufen. Ja, das ist schon ziemlich gefährlich. Drei Viertel von den ganzen Unternehmen, die geprüft wurden, haben große Mängel. Das ist, ja. Aber die wissen doch, es wurde doch vor Monaten schon oder vor einem halben Jahr oder länger schon, das irgendwie so durchgegeben, dass da jetzt genauer geguckt wird. Billige Arbeitskräfte. Man nimmt die Strafe halt in Kauf. Wahrscheinlich ist das noch. Außerdem war ja vorher schon der Fall, dass die zuständigen Behörden, die sowieso irgendwelche Fälle prüfen sollten, also es wurde ja sowieso schon mal geprüft, wenn halt die Praktikanten praktisch verschwunden sind, beziehungsweise sind weggelaufen. Und die hingen aber im Prinzip so sehr hinterher mit diesen Prüfungen, dass sie das selbst in Jahren nicht geschafft hätten, da hinterher zu kommen. Wahrscheinlich dachten sie sich, jetzt wollen sie uns überprüfen, dafür haben sie sowieso nicht die Leute. Die haben das wahrscheinlich auf die leichte Schulter genommen. Ja, auch in der Vergangenheit hat es ja gezeigt, selbst wenn sich jemand beschwerend gegangen ist, ist ja nichts passiert. Also die Menschen werden ja auch von den Behörden ehrlich gesagt eher lächerlich behandelt. So, ja, ist ja nur ein Ausländer. Ich meine, das ist ein Wurf. Und das System war von vorne bis hinten, oder kann man von vorne bis hinten eigentlich nur komplett ausnutzen. Und das haben Firmen natürlich gemacht. Hm. Meine Güte, es ist natürlich jetzt gut, dass die auf die Finger bekommen, und zwar mit dem Hammer. Mhm. Also ich hoffe, dass es schon rechtliche Konsequenten hat in großem Stil. Ja, übrigens eine sehr faszinierende Aussage ist folgende. Im Bericht des Ministeriums wurden 21 Fälle als schwere oder böswillige Verstöße eingestuft und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Komischerweise nicht bezahlter Lohn ist laut der Definition kein schwerer oder böswilliger Verstoß. Pfff, okay. Wie bitte? Okay. Weißt du, was wird das denn eingestuft? Als normaler Verstoß. Ja, aber gut, es ist immerhin ein Verstoß. Ja, ja, aber anscheinend nicht so schwerwiegend wie irgendwie andere Verstöße, weil das Ding ist halt, ich meine, die Leute müssen von irgendwas leben. Dafür braucht man Geld. Wäre also schön, wenn die Leute auch ihr Geld bekommen würden. Allerdings liegen die Fälle, dass sie kein Geld bekommen haben bei, was war das? Also in 1.666 Fällen wurden keine Gehälter ausgezahlt. Und naja, ich weiß ja nicht, aber ich halte das auch schon für einen verfluchtschweren Verstoß. Ja, extrem. Plus ein paar Fälle wurde festgestellt, da mussten die Menschen dann über 100 illegale Überstunden pro Monat leisten. Ja, das wundert mich gar nicht, das mit den Überstunden. Also es lädt halt ein zum Ausnutzen. Deswegen wird es Zeit, dass es abgeschafft wird. Da schlägt auch gerade ein Regierungsgremium vor, Gott sei Dank. Mal sehen, was passiert. Ja, weil auch wenn du jetzt wirklich prüfst und schaust wie ein Luchst und ganz schlimme Strafen ausgibst an die Unternehmen. Jetzt ist das System schon so eingebürgert bei denen, dass es schwer ist, das auf die gute Spur zu lehnen. Richtig. Also es ist wahrscheinlich, möglicherweise ist es wirklich besser, wenn man das Ding abschafft und von vorne anfängt. Ja. Es könnte sein, dass es schneller geht. Ja, vor allen Dingen auch, um wieder attraktiv zu werden, weil immer mehr Menschen meiden dieses System, weil sie halt wissen, dass es da scheiße läuft. Es macht natürlich logischerweise irgendwann die Runde und das hat es ja jetzt mittlerweile getan und daher bringt das eigentlich auch gar nicht mehr sehr viel. Es muss von grundlegend erneuert werden und zwar auch mit vernünftigen Prüfungen. Es muss klar sein, dass die Menschen vernünftig behandelt werden und so weiter und so fort. Weil sowas kann sich Japan nicht normal leisten und auch Japan ist auf Ausländer angewiesen als Arbeitskräfte. Das ist nun mal ein Fakt. Besonders bei den Zahlen, die sind so aussagekräftig. Ihr wisst ja auch, dass ab einer bestimmten Menge, so um die 10.000, hast du eine Genauigkeit bei bestimmten Überprüfungen, die ist sehr hoch. Genauso wie du da auszählst bei den Stimmen bei der Wahl. Und wenn bei 9.800 Unternehmen geprüft wurden, dann ist das im Endeffekt eine Zahl, die du für alles mitnehmen kannst. Also wenn du als Praktikant darüber gehst, hast du eine Chance von 25 Prozent, dass du nicht ausgenutzt wirst. Das ist im Endeffekt jetzt Fakt durch diese Aktionen geworden. Ja. Ja, da geht man natürlich lieber woanders hin. Ja. Also zumindest, wenn ich die Wahl hätte, also naja, wobei, man weiß immer nicht, haben sie denn eigentlich die Wahl, ne? Ja, sie haben tatsächlich die Wahl, dass die Möglichkeit, also besteht schon, sie werden ja nicht gezwungen, in das Programm reinzugehen, das ist ja immer noch freiwillig. Ähm, aber ja, die Wahl hat man definitiv. Und ich meine, es geht ja schon mit dem Bescheißen, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, aber ja, schon bevor jemand in Japan ist eigentlich los, und zwar gibt es Firmen, die rekrutieren diese Menschen ja. Und, ähm, stellte sich, war das im letzten oder im vorletzten Jahr heraus, ähm, dass viele Schulden aufnehmen mussten, damit sie überhaupt die Kosten für diese Firmen decken können, obwohl dieser Dienst eigentlich gar nicht so teuer ist oder sein darf. Trotzdem wurde da richtig schön beschissen. Naja, okay, der ganze Kram, alles Unsinn, weg damit. Definitiv. Wirklich. So, ein weiteres Problem sind Hikikumori, ähm, also soziale Einsiedler. Und ich sag mal, meine Frage an euch, wenn ihr an Hikikumori denkt, an was für ein Geschlecht denkt ihr da als erstes? Ja, stereotypisch halt der Kerl, ne? Genau, der Kerl. Ein Mann mit nicht so viel, ähm, körperlicher Gesundheit, der sich halt schon seit Schulzeit eher in seinem eigenen Zimmer einschlägt, ne? Ja, ganz genau. So, aber nun ist Fakt, ähm, und das gibt es jetzt auch endlich mal Daten der Regierung, die das auch belegen, dass tatsächlich immer mehr Frauen Hikikumori werden. Und zwar nicht einfach nur Single-Frauen, nee, auch tatsächlich Mütter oder beziehungsweise, ähm, äh, verheiratete Frauen, ähm, die sich halt wirklich abkapseln von der Gesellschaft. Weil es eben nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben oder wie Stress in der Arbeit. Und ich meine, das ist, naja, Frauen in Japan, das ist ja noch immer so eine Sache. Und, ähm, die Zahl steigt halt immer stärker an. Und das Problem, was sich daraus resultiert, ist, keiner weiß genau, wie man diesen Menschen eigentlich helfen kann. Weil die ganzen Programme, ähm, sind ja sowieso sehr unbeliebt bei den Hikikumori, weil das ist eher so, naja, komm, wir machen dich wieder zum Lohnsklaven, nach dem Motto. Ähm, aber die sind gar nicht eigentlich auf die individuellen Probleme ausgelegt. Und die Probleme bei den, äh, Frauen sind sogar noch mal komplexer. Der Anteil von Frauen im Alter von 15 und 39, die Hikikumori sind, an der Gesamtzahl von, was haben wir, 1,46 Millionen insgesamt, ähm, ist mittlerweile auf 45 Prozent gestiegen. Ähm, 2015 waren es auf 37 Prozent. Und der Anteil der Frauen zwischen 40 und 64 Jahren ist von 23 Prozent auf mittlerweile 52 Prozent gestiegen. Und das ist echt ein ordentlicher Anstieg. Mehr als verdoppelt. Ja, als Gründe dafür werden angesehen, äh, also zum Beispiel häusliche Gewalt, Missbrauch, finanzielle Probleme, Verlust des Arbeitsplatzes oder halt eben die, äh, besagte Unzufriedenheit mit dem Leben. Weil man sich das halt anders vorgestellt hat. Also es wurde zum Beispiel von einem Fall berichtet, ähm, oder beziehungsweise eine Frau hat von ihrem Fall berichtet, ähm, in einer Gruppensitzung. Und sie sagte halt eben, naja, ich hab halt eine Ausbildung gemacht und bin dann an ein sogenanntes schwarzes Unternehmen geraten. Also in Japan werden schwarze Unternehmen dementsprechend bezeichnet, wenn sie halt eben bedenkliche Geschäftspraxisen haben, sagen wir es mal so rum. Und, ähm, sie wurde halt total ausgenutzt, ist dann da halt raus, hat sich nochmal umschulen lassen, äh, zur, äh, Lehrerin für IT oder irgendwie sowas an dem Dreh. Ähm, das hat halt auch nicht funktioniert, weil, ja, kam irgendwie keiner. Und, ähm, das Ganze entwickelt sich halt immer so weiter und dann saß sie eines Abends, ähm, mit einer Freundin beim Essen. Die Freundin erzählte halt, wie toll ihr Leben ist, etc. Und das war so der Beginn dafür, dass sie gesagt hat, okay, ich zieh mich jetzt zurück. So, geholfen werden konnte ihr bisher eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, die Programme, die es gibt, die sind halt immer so, komm, wir holen euch da jetzt raus, ihr werdet Lohnslaven, äh, oder ihr werdet wieder fröhliche, ähm, Arbeitnehmer und dann ist alles gut. Das ist aber einfach nicht das Grundproblem oder die Lösung des Grundproblems. Ähm, das ist einfach zu oberflächlich. Und, äh, da ist man jetzt ganz stark im Überlegen, wie kann man denn diesen Menschen eigentlich helfen? Ja, ähm, am ehesten könntest du ihnen helfen, indem du die Gesellschaft verbesserst und änderst, ne, aber das geht ja natürlich nicht. Das kann man nicht einfach so machen. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nein, das, äh, klappt nicht. Das Einsehler-Problem hat ja auch, äh, andere asiatische Länder wie Sükorea. Und es ist einfach eindeutig, dass das an den Problemen in der Gesellschaft liegt, was Arbeitswelt angeht, was Freizeitwelt angeht, etc. Ähm, diese starke Anstieg hier ist ja nicht unbedingt in, ähm, in Relation zu dem, wie in Japan die Arbeitswelt, äh, Bedingungen sich verschlechtert haben. Das ist wahrscheinlich durch die, ähm, Pandemie und jetzt die wirtschaftliche Krise und Inflation bedingt, dass die so stark zugenommen haben. Besonders bei den älteren Damen, ne? Mhm. Also, das ist, ja, ist kacke. Du hast keine Lösungsansätze, aber jetzt hast du doppelt so viele Probleme. Also, okay, ich will Personen nicht als Probleme bezeichnen, aber doppelt so viele Leute, die Hilfe benötigten, die du nicht geben könntest. Wobei man mal dazu sagen muss, dass eigentlich schon seit Jahren eigentlich die Erfassung von, ähm, solchen Leuten kritisiert wird, weil man ist sich gar nicht sicher, ob es jetzt eigentlich ein wirklicher Anstieg war oder beziehungsweise ob die Zahlen nicht immer ausbalanciert waren, weil oft kriegt man das ja bei Frauen nicht mit. Die sind halt Mütter oder Hausfrauen, ne? Und, äh, da wird das, fällt das halt viel, viel weniger auf, ob die wirklich sich auch in so einer Situation befinden oder halt nicht. Und deswegen sagt man eigentlich, dass die Dunkelziffern bei Frauen schon seit Jahren deutlich höher ist, als überhaupt angenommen wurde, in allen betroffenen Ländern. Naja, da muss man auch gucken, wie man das Zeug definiert, ne? Also, wenn du nicht an der Arbeitswelt teilnimmst, heißt es ja nicht unbedingt automatisch, dass du nicht an einem sozialen Leben teilnimmst. Aber du kannst auch das alles heutzutage digital machen. Also, es ist zwar nicht unbedingt das, was die meisten Leute sich aussuchen, aber du brauchst nicht unbedingt dein Haus verlassen, ne? Ja, doch, zum Einkaufen. Zum Einkaufen. Nee, mittlerweile gibt es Lieferdienste, hast du auch wieder wahr. Nein, also tatsächlich ist es halt so, ähm, äh, die Erhebung der Zahlen wird kritisiert, die Methoden, dem Menschen staatlich zu helfen wird kritisiert. Und, äh, dann gibt es ja noch diese Firmen, die Dienste für Eltern anbieten, um ihre Kinder da rauszuholen. Also, im Prinzip, man lässt sie mal entführen und ab in die Klinik. Äh, logisch, dass das auch kritisiert wird. Ja, das haben wir gar nicht gemacht. Also, man hat irgendwie gar kein wirkliches Konzept. Es gibt zwar natürlich private Organisationen, die versuchen zu helfen. Also, zum Beispiel ist eine Organisation, die lädt halt diese Frauen ein, ähm, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, damit sie halt merken, dass sie nicht alleine sind mit dem Problem. Aber das ist halt auch keine direkte Problem, äh, also keine Hilfe zur Lösung des Problems. Und, ähm, da ist man jetzt halt überlegen, was kann man machen? Eine Lösung, wie gesagt, hat man natürlich noch nicht. Ja. Dementsprechend wird das Problem wahrscheinlich noch größer werden. Man muss auch wirklich aufpassen mit den Lösungen, ne? Weil, also, diese Kidnapping-Angelegenheit ist schon ein Extremfall. Aber es gibt garantiert auch einige unter den sozialen Einsiedlern, die nicht unbedingt, ähm, eine Problemlösung anstreben würden, weil sie gar nicht sich so schlecht, so unglücklich fühlen, ne? Also, es mag vielleicht, der größte Teil mag vielleicht recht unglücklich sein mit seiner Situation, aber ich bin mir auch sicher, da sind genug Leute dabei, die, die denken, ihr Leben ist nicht das Schlimmste. Und, naja, es gibt ja noch die Kleinigkeit des Introvertiertseins. Ja, ja. Dass man sich halt freiwillig zurückzieht, weil man damit einfach besser klarkommt, wenn man gar nicht so mit Menschenmassen klarkommt und so weiter. Auch das wird überhaupt nicht bedacht. Man geht halt immer nur davon aus, das ist der eine Weg und dieser eine Weg muss jeder gehen. Punkt. Man bedenkt aber nicht, dass der Mensch einfach facettenreich ist und nicht jeder Mensch ist gleich. Weil nicht jeder kann so sein wie, weiß ich nicht, die gesamte Masse, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und das ist halt eben einer der Hauptgründe, warum halt sehr, sehr viele diese Hilfen einfach ablehnen, was sie halt sagen, ja, bringt mir nix. Denn mein Problem ist ja dann immer noch da, weswegen ich halt da zu geworden bin und das ändert ja überhaupt nichts an der ganzen Situation. Na, vollziehbar. Ja. So, nächstes Thema. Ah, Twitter. Oh Gott. Die Überleitung, ganz plumpf, dosinnig, Twitter. Und schon läuft uns der Angst, schweißt den Rücken hinunter. Nein, der läuft uns runter gerade, weil es echt hier warm drin ist, jedenfalls in meinem Aufnahmestudio gerade. Nein, also tatsächlich ist es so, bei Twitter, sorry, da geht es nur stumpf, weil der Laden ist sowas von kaputt, das ist schon nicht mehr zum Aushalten. Es ist nämlich so, seit Twitter in X unbenannt wurde, ist häufig sicher bekanntlich die Änderungen auf der Plattform. Also Elon dreht ja da regelmäßig durch und denkt sich irgendwelchen Blödsinn aus. Äh, jetzt gerade ganz aktuell, er hat, ähm, Aufrufe zu, äh, Newsseiten, die er nicht mag, von Twitter aus, erstmal kräftig verzögert. Ähm, hat er jetzt wieder zurückgenommen, nachdem es Beschwerden gab, aber gut, naja, ne, oder man unterstützt halt eben Leute, die man lieber nicht unterstützen sollte. Und, ähm, in Japan, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ziehen sich immer mehr, ähm, ähm, Kommunen und Präfekturen zurück, weil sie halt sagen, ja, wir können unsere, ähm, Katastrophennachrichten nicht mehr senden, denn, äh, der Zugriff ist irgendwie eingeschränkt. Aber es gibt auch ein anderes Problem, das ist nämlich, dass Twitter ganz gerne mittlerweile willkürlich sperrt. Im Mitte Juli waren nämlich auf einmal mehrere Konten lokaler Behörden, ähm, ja, gesperrt. Auch übrigens das Konto der Zeitschrift Senkai, das ist eine sehr große Zeitschrift, war auch plötzlich nicht mehr erreichbar. Dann wurden sie wieder freigeschaltet nach ein paar Tagen, es gab aber nie eine Begründung. Und, äh, das Problem ist, dass viele sagen, ja, was soll das, was, wir können ja hier gar, ich habe gar keinen Einfluss mehr drauf, wir können ja nichts machen. Und wenn irgendwas passiert, können wir noch nicht mal nachfragen, weil, äh, wem denn? Äh, äh, der, der Servicequalität ist so gigantisch nach unten gegangen, dass es mittlerweile eine, ja, ja, es ist eine Belastung, oder? Ja, Twitter. Also es ist ja so, Twitter ist in Japan sehr, sehr groß, also wird, das ist eines der wichtigsten Netzwerke, ich glaube, vor Facebook sogar, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, deutlich vor Facebook, also ich glaube, der, der Haupt, äh, die Hauptplattform, die genutzt wird, ist ja Line, was ja bei uns hier in Deutschland gar kein Ding ist. Ich kenne zumindest keine einzige Person, die das benutzt. Ja, danach kommt gleich Twitter. Aber Line ist halt so ein WhatsApp-Pondor, ne? Und das ist nicht unbedingt das Gerät, das benutzt wird für, ja, so weitreichende Nachrichten wie Twitter. Also, ne, ich glaube, eine Behörde schickt seine Neuigkeiten nicht über Line rum. Doch. Doch, 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 doch. Teilweise auch, also das ist, wie gesagt, ein deutlich größeres Ding, also es ist komplexer als WhatsApp. Also das Ding ist ja folgendes, wie gesagt, es ist halt groß, ein Ding WhatsApp hat darauf. Ja. Und man nutzt es natürlich, um eben Nachrichten zu verbreiten und so weiter, weil da kommen sie dann wenigstens auch an oder man kann davon ausgehen, okay, sie werden gelesen. Sei es jetzt Katastrophennachrichten, sei es normale Nachrichten oder whatever. Das ist natürlich unpraktisch, wenn halt eben auf einmal die Konten weg sind, weil, ja, blöd. Dazu kommt auch noch die kleine Sache mit dem Zertifizierungsverfahren. Das ist nämlich das nächste Problem. Ursprünglich war das Zertifizierungsverfahren so, es wurde halt geprüft, bist du denn wirklich der, der du bist? Bist du denn eigentlich auch wert, so blauen Balken zu haben, Häkchen zu haben? Und dann, okay, verifizieren wir euch, dann sehen auch die Leute, ihr seid echt. Dadurch, dass das Ding jetzt aber käuflich ist, ich glaube, kostet es irgendwie acht oder neun Euro im Monat, ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es sind zehn mittlerweile. Okay, es sind meine Wege auch zehn, Inflation ist gut. Nein, Elon will Geld haben, also sind es ja meine Wege auch zehn. Aber der Punkt ist, es kaufen sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen einen blauen Haken, um sich eben als irgendjemand anderes auszugeben. Das ist übrigens auch bei den Präfekturen der Fall und da gab es auch schon Fälle, dass da Nachrichten die Runde gemacht haben, obwohl das gar nicht der echte Account war. Das ist natürlich gefährlich teilweise. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt und auch da stehen die Präfekturen und Kommunen ratlos gegenüber, weil sie gar nichts dagegen tun können, denn, naja, das ist das Zertifizierungsverfahren und jeder kann es sich kaufen. Ich meine, ich könnte jetzt auch, wenn ich es wollte, mir einen Account zulegen, mich Bundeskanzler Scholz nennen und dann rotzfrech einfach mir einen Haken kaufen. Reicht ja nur, wenn ich ein Konto und Telefonnummer angebe. Ja, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Twitter ist mittlerweile eine Belastung und es ist mehr Scherereien, als sich das vielleicht für einige der Präfektur, Regierungen und Behörden hier lohnt. Also Twitter ist zum Beispiel für Journalisten eigentlich eine sehr wichtige Plattform gewesen. Wogemerkt gewesen. Mittlerweile zum Beispiel haben wir auch sehr viele Wissenschaftler Twitter verlassen. Das Problem ist, eine neue Plattform würde sich nur etablieren, wenn halt eben alle mitziehen würden. Und ich rede jetzt nicht von den Otto-Normal-Usern, sondern von den Politikern zum Beispiel. Weil sie jetzt mal hier auf Deutschland gemünzt, solange unsere Politiker weiter bei Twitter rumhängen, hängen halt weiterhin auch sehr viele Leute da logischerweise rum. Weil sie wollen ja mitbekommen, was da gemacht wird. Logisch, logisch. Würden die jetzt alle zum Beispiel zu Mastodon wechseln, wäre Mastodon auf einmal der neue Scheiß. Schlicht und ergreifend. Aber sie tun es halt natürlich nicht. So funktioniert das leider. Ja, muss ich auch so sagen. Ich meine, da sind News-Plattformen weiter. Also zum Beispiel die Tagesschau ist ja auch jetzt bei Mastodon, ZDF etc. Aus so ein paar IT-Seiten, Heise, Golem glaube ich, wenn ich, bei Golem bin ich mir sicher, Heise ist auf jeden Fall da. Wir sind ja auch mittlerweile bei Mastodon. Läuft übrigens viel ruhiger. Es ist echt angenehm. Also so wenig gepöbel, das ist echt herrlich. Aber, ja, wie gesagt, es fehlen halt eben noch wichtige Trigger-Points, damit die Leute wechseln würden. Und so ist es in Japan halt schlicht und ergreifend auch. Ja, obwohl Japan auch seine Alternativen hat, wie wir mit Laien ja gesagt haben. Also ich meine, wenn das alles das kann, wenn das Twitter ersetzen kann, dann, hm, ob dann Laien hier in der Offensive irgendwann fern wird, wenn Twitter weiter so schwächelt? Laien braucht keine Offensive fahren. Es ist sowieso jeder bei Laien, weil dabei kannst du ja auch Zahlen und Behördengänge erledigen. Okay, hat dann Twitter eine bessere Chance, in Japan wirklich auf die Schnute zu fallen? Ja, definitiv. Wenn die so weitermachen, definitiv. Es wird halt auch von sehr vielen Künstlern und so benutzt und auch Politiker benutzen das wahnsinnig gerne. Ich weiß nicht, warum Facebook nicht so beliebt ist in Japan. Vielleicht, weil es halt komplexer praktisch aufgebaut ist von dem Interface, weil, ja, bei Twitter klopfst du schnell ein Bild raus mit einer Nachricht und... Ja gut, Instagram hast du ja noch, ne? Ja, aber das ist halt, wenn man das so betrachtet, bei Japan halt wirklich mehr so für schön und reich auf gut Deutsch. Also da präsentierst du dich selbst, aber auf Twitter hast du halt die Möglichkeit, auch dein Business vorzustellen, wie gesagt, was du tust, was deine Arbeit ist. Und das kann halt so ein bisschen, ja, auch alberner vor allem dem sein, weil japanisches Twitter kann sehr albern sein. Naja, es ist halt so, also Twitter ist eigentlich momentan, ja zwar weltweit eigentlich sehr stark dafür predestigniert, dass es irgendwann auseinanderfällt. Wäre schade, würde was fehlen, aber so wie Musk es momentan laufend ist, ist das gar nicht gut. Das ist natürlich interessant, wo es zuerst auseinanderfällt. Und wie gesagt, Japan ist gut im Rennen, wird ja abzuschaffen. Japan ist gut im Rennen, andere Länder aber genauso. Also mal gucken, was Musk sich da noch einfallen lässt. Ich meine, es heißt ja eigentlich X. Kommen wir jetzt den nächsten noch wieder ein paar Änderungen. Im Prinzip stellt sich halt die Frage, ob das wirklich dann noch was bringen würde. Also, weil Werbekunden meiden den Laden, kann ich auch nachvollziehen. Ich möchte auch nicht unbedingt gerade auf einer Haskewelle mitreiten mit meinen Produkten. Von daher, naja, wir werden es sehen. So, Thema Vaterschaftsurlaub. Yay, Japan ist ja so ein Problemkind, was Vaterschaftsurlaub angeht. Also man möchte das Ganze ja ein bisschen fördern, damit auch die Frauen unterstützt werden, weil, naja, Geburtenrate ist niedrig, also muss man ja irgendwelche Wege gehen. So, dazu gehört halt eben auch Initiativen, mit denen man den Vaterschaftsurlaub ansteigen lassen möchte. Das Problem ist, also es gab 2022 tatsächlich einen leichten Anstieg. Und zwar haben sich 17,3% aller arbeitenden Männer in dem Geschäftsjahr Vaterschaftsurlaub genommen. Und traurigerweise ist das die bisher höchste Quote. Aber es ist natürlich noch verdammt weit entfernt von den 50%, die man bis 2025 erreichen möchte. Aber es ist immerhin ein Anstieg. Ja, tatsächlich, um ganze 2, nee, 3,13%. Ist aber trotzdem was. Ich meine, bisher ist es entweder runtergegangen oder stagniert. Also es heißt ja, irgendwas scheint ja zu funktionieren, wenn noch nur minimal. Aber, naja, warte, 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 warte. Was hatten wir 2022? Ach ja, so eine blöde Pandemie-Geschichte. Da gab es auch noch vermehrt Homeoffice und so weiter. Mittlerweile werden die Leute in Japan ja auch angehalten. Kommt doch bitte, bitte ins Büro zurück. Ist doch so kuschelig hier bei uns. Man führt tatsächlich diesen Anstieg darauf zurück, dass halt sehr viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. Und dadurch eher bereit waren, Urlaub zu nehmen. Wahrscheinlich dabei sogar noch gearbeitet haben. Es kann ja so sein, dass diese ganzen Maßnahmen, um die Leute mehr zu animieren, den Fahrerschaftsurlaub auch wirklich zu benutzen, eigentlich nicht viel gebracht haben. Und es nur der Druck von außen halb durch die Pandemie war. Also habe ich mich jetzt ganz umsonst gefreut. Ja. Sorry, hast du. Statistische Anomalie. Richtig. Übrigens, bei dem Mutterschaftsurlaub gibt es tatsächlich einen Rückgang von 4,9%. Okay. Okay. Es waren tatsächlich von den arbeitenden Frauen 80,2% 2022 im Mutterschaftsurlaub. Und was hat der Rest gemacht? Gearbeitet. Und keine Kinder bekommen. Nein, Mutterschaftsurlaub, man geht schon davon aus, dass sie halt eben, also es geht ja darum, die, die Kinder bekommen haben. Ach so, ach so. Ja, das sind ja die gesamten Komplettarbeiter, die Nachwuchs bekommen haben. Ja, da geht die Zahl halt zurück. Und Grund dafür ist der Personalmangel. Das erschwert es für mich tatsächlich, den Frauen Urlaub zu nehmen. So, Personalmangel haben wir in Japan allgemein gerade sehr hoch. Deswegen geht man davon aus, dass das halt eben im nächsten Jahr wieder runterkacheln wird. Bei den Männern. Es wäre natürlich besser, wenn der Grund für den Rückgang bei den Damen der Mann zu Hause ist, der sich um die Kinder kümmert. Aber, ja, da können wir träumen. Hinzu kommt noch eine Sache. Eigentlich sollten die Unternehmen mitarbeiten, denn Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind seit April verpflichtet, den Anteil der männlichen Mitarbeiter, die Vaterschaftsurlaub nehmen, zu veröffentlichen. Dem sind bisher allerdings nur 33,4% der Firmen nachgekommen. Ja, aber ich glaube... Ach so, sollte ich noch erwähnen. Es gibt übrigens keine Strafen, wenn man das nicht macht. Du, wenn ich mir überlege, was das für ein riesiger bürokratischer Mischmasch und nerviger Autorat sein kann, dann ist das für jetzt vier Monate, nachdem dieses eingeführt wurde, 33% schon mal gar nicht das Schlechteste, ne? Also, für freiwillige Sache, ne? Vielleicht haben wir dann im nächsten Jahr noch aussagekräftigere Zahlen. Wissen Sie was, ich bin einfach mal jetzt eklig optimistisch und sage, dass nächstes Jahr die Zahlen steigen werden. Boah, wie darst du mich an. Boah, wie darst du mich an. Wir werden mehr Zahlen haben im nächsten Jahr. Werden wir? Das werden wir. Richtig. Aber gehen wir mal weiter, weil wir ja noch mehr Zahlen haben. Denn immer mehr Lehrkräfte in Japan kündigen aus psychischen Gründen. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Japan, die 2021 aus psychischen Gründen ihren Beruf aufgegeben haben, mit 953 ein neues Rekordhoch erreicht hat. 2018 bedieft sich die Zahl übrigens noch auf 171. Also, das ist ein ordentlicher Anstieg. Als Hauptgrund, wie so oft, werden die langen Arbeitszeiten genannt. Denn die sind wirklich übel. Ja, Lehrkraftmangel ist ein gigantisches Problem und es verteilt sich halt auf immer weniger Leute. Das heißt, das wird automatisch noch ansteigen, weil es halt nicht ein selbstbeschleunigendes Problem ist. Ganz genau. Es fehlt ja sowieso Lehrkräftemangel. Da gibt es eigentlich keinen Mangel. Meine Güte. Also, man hat halt den Lehrkräftemangel und da spitzt sich das natürlich noch ordentlich zu. Jetzt kommt man natürlich dann wieder aus dem Bildungsministerium und sagt natürlich, naja, wir werden jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern und die Zahl der Assistenten deutlich erhöhen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, das labert man jedes Mal, wenn eine Statistik rauskommt. Aber passiert ist bisher einfach nichts. Denn der Job ist mittlerweile so unbeliebt, dass sich immer weniger Leute darauf bewerben. Wer hätte das vermutet? Und ich meine, die Zahl der Assistenten, das kannst du zwar im wirtschaftlichen Bereich erhöhen, aber ich weiß gar nicht, aber in der Oberschule oder Mittelschule hast du doch nicht massenweise an Assistenzlehrern, oder? Nee. Nee. Denke nicht, nee. In der Universität hast du viele Assistenzkräfte, aber... Ja, wie gesagt, das bringt sowieso nichts, weil der Job mittlerweile schon sehr unbeliebt ist. Und im Schnitt ist es ja so, dass man an den öffentlichen Grundschulen bis zu 45 Überstunden im Monat macht. Also mehr als 45. Und zwar deutlich mehr als 45. Und 45 sind eigentlich die Grenze an Überstunden, die maximal gemacht werden dürfen. Aber wir haben dann da auch teilweise Schulen. Da sagen die Lehrer ja, vielen Dank auch. Wir sammeln hier dermaßen viele Überstunden. Wir können einfach nicht mehr. Dazu kommt, dass die Bezahlung schlecht ist. Also wenn man das alles summa summarum nimmt, sind die Arbeitsbedingungen definitiv verbesserungswürdig. Aber anstelle immer nur davon zu reden, sollte man vielleicht das langsam auch mal machen. Ja, weil das ist ja nicht einfach nur, in Anführungszeichen, ein Wirtschaftszweig. Nicht nur ein Teil der Arbeitswelt, sondern es ist ein ganz wichtiger Teil für die Zukunft des Landes. Wenn du keine gelehrten Leute hast, wenn du keine ausgebildeten Leute hast, dann was hast du da noch? Arbeitskraft? Außerdem schreckt das ja natürlich potenzielle Eltern ab. Wenn sie wissen, die Bildung hier in unserem Land ist praktisch für den Arsch, dann kriege ich doch kein Kind. Richtig. Oder ich kriege ein Kind und wandere anschließend aus. Wobei das ja wahrscheinlich eine Option ist, die weniger Leute entscheiden. Aber ja. Naja, ich sag mal so, es spielt halt auch noch eine Rolle in der Frage, ob man ein Kind in die Welt setzen wollen würde oder nicht. Neben noch zig anderen Fragen, die eher negativ beantwortet werden, macht es das hier definitiv nicht besser. Und halt, ich meine, sagen wir mal ehrlich, die Menschen sind ja auch nicht blöd. Die kriegen ja auch mit, dass es ständig heißt, ja, wir verbessern dann irgendwas. Und dann kommt die nächste Statistik und ja, wir verbessern irgendwas. Und dann kommt wieder eine Statistik und ja, wir verbessern irgendwas. Blöderweise verbessert sich halt einfach nichts. Nee. Nicht wirklich. Also wir haben da noch gar keine wirklich großen Ideen auch gehört, die einen überzeugen könnten. Richtig. Und wenn man es irgendwie vergleicht, die Personalmängel in den verschiedenen Bereichen, dann hört sich das hier nach einer an, der eigentlich die höchste Priorität bekommen sollte, ne? Mit die höchste, ja, definitiv. Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sich so denkt, ach Leute, tut doch einfach mal irgendwas zur Abwechslung. Nicht immer nur reden. Reden ist toll. Das machen wir im Podcast wahnsinnig gerne, aber wir müssen ja auch nichts tun. Wir müssen nur reden. So, ein Thema, wir hatten ja mal über den Fall berichtet, dass in Osaka ein Mann für 42 Tage fälschlicherweise festgehalten worden ist, in einem Fall von Rache-Pornografie. Also er wurde halt eben für den Täter gehalten, man hat ihn in Osaka festgenommen und dann hat man ihn halt immer, du bist jetzt gestehen, blaselst, blubb. Und nur tatsächlich durch den Anwalt, also durch seinen Anwalt, der nämlich dann einfach weigende Faust ermittelt hat, stellte sich heraus, upsie, wir haben den Falschen, verdammt. So, jetzt sind drei Monate um und jetzt hat die Staatsanwaltschaft tatsächlich das Verfahren gegen den Mann endlich mal eingestellt, hat aber auch gleichzeitig die falsche Verhaftung zu einem Systemfehler erklärt. Systemfehler? Ist halt schwierig mit der Einordnung, ne? Immerhin haben sie zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben. Nein, 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 das ist es ja gerade. Ja. Achso, du meinst Systemfehler im Sinne von der Computer ist schuld. Nein, 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 nein. Ich glaube, die meinen tatsächlich das Justizsystem, im Sinne von wegen, wir hatten keine andere Wahl, als so zu handeln, wir sind unschuldig, das Justizsystem ist schuldig. Genau, genau. Laut des Anwalts haben sie nämlich Folgendes gesagt. Wir glauben zwar nicht, dass es illegal oder unangemessen war, aber es tut uns leid, dass wir die falsche Person verhaftet haben. Und dann sagten sie, angesichts der Beweislage hatten wir aber keine Wahl, als ihn in Haft zu nehmen. Es war ein Systemfehler. Okay, das ist ja im Prinzip eine noch dreistere Ausrede. Die Sache ist die, es kann sein, dass es nicht unbedingt falsch ist, was sie da sagen. Das macht es natürlich nicht besser, ne? Ja, ja. Aber ihr müsst nicht unbedingt die totalen Sklave des Systems sein, ne? Also ihr könnt auch Eigeninitiative zeigen. Nein, das ist der Punkt, sie haben eigentlich tatsächlich Eigeninitiative gehandelt. Denn die Strafprozessverordnung in Japan, sie schreibt vor, dass Behörden grundsätzlich in Fällen ermitteln sollen, aber Verdächtige nicht in Haft halten sollen. Es sei denn, es besteht Gefahr zur Flucht oder die Gefahr von der Zerstörung von Beweisen. Die bestand aber gar nicht. So, weil es gab ja schlicht und ergreifend bei den guten Mann keine Beweise, um Flüchten hätte er auch nicht müssen, dann war ja schlicht und ergreifend unschuldig. Und dazu kommt, in Osaka ist die sogenannte Geiseljustiz übrigens ziemlich beliebt. Die Fälle sind wirklich erschreckend hoch. Also sagen wir mal, in Osaka kannst du sagen, entweder gewinne ich im Lotto oder ich komme in die Geiseljustiz. Eins von beiden wird passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist genau die gleiche. Das ist natürlich jetzt sehr heftig, dass die Staatsanwaltschaft einfach so vor sich hin lügt, was dieses Problem angeht und sagt, es war nicht unser Problem. Wir konnten gar nicht anders handeln, was natürlich gelogen ist. Ja, das kritisiert auch der Anwalt. Genauso wie er übrigens kritisiert, dass erst nach drei Monaten nach der Freilassung die Anklage fallen gelassen worden ist. Was eigentlich auch Quark ist, weil, hallo, drei Monate später stand fest, der Mann ist unschuldig. Guck, guck, das Problem ist, was man ja nicht vergessen darf. In der japanischen Gesellschaft hast du mit so einer Nachricht einen Makel weg, den wirst du nicht mehr los. Du bist dann im Prinzip unten durch. Du hast wirklich auch dann Probleme, einen Job zu finden, etc. Auch wenn du unschuldig bist, interessiert keinen. Ja, und die Gefahr, was heißt die Gefahr, das ist natürlich ein Problem. Und dann noch so zu kommen und so zu argumentieren, ist nochmal ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht. Ja, das muss doch Konsequenzen eigentlich haben. Ja, es hat Konsequenzen. Tatsächlich ist es so, dass der gute Mann jetzt einen Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 1.000 und 12.500 Yen hat. Das sind so 6,46 Euro und 80,79 Euro pro Tag. Oh, pro Tag, okay. Genau, die Staatsanwaltschaft sagt, ja, doch, er kriegt den höchsten Satz, aber rechnen wir jetzt mal 42 mal 80,79. Na, das ist nicht wirklich viel. Nee. Toll, was willst du mit dem Geld machen? Ja, gar nichts. Wahrscheinlich so lange davon leben, bis du einen Job kriegst. Nee, ich meinte, wer steht dann direkt über die Staatsanwaltschaft? Das müssten doch die höheren Gerichte dann sein. Zentral für das ganze Land, nicht nur für halt die von Osaka. Osaka, die da bei der Staatsanwaltschaft eigentlich anklopfen müssten und die zurechtweisen müssten, weil das geht ja eigentlich nicht. Das ist ja eklatante Verstoß gegen die bestehenden Rechte in Japan. Ich drücke, ich sag's mal, oder erklären wir es anders. Die Anwaltschaftskammer von Osaka hat 2021 angekündigt, dass jeder Anwalt, der gegen die Geiseljustiz kämpft, eine Prämie bekommt. Und ich glaub nicht, dass die das einfach machen würden, wenn die wüssten, da würde jemand über den Staatsanwaltschaft eingreifen. Okay, also im Endeffekt die übergeordnete Justiz von Japan, die juckt das nicht. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Hm. Ich mein, es kommt im ganzen Land immer wieder zu Geiseljustiz. Das ist nicht nur in Osaka, der Fall. Also, es heißt halt, wenn du im Visier der Polizei gerätst, hast du ein Problem, auch wenn du unschuldig bist. Weil, wie der Fall ja gezeigt hat, er war unschuldig, trotz allem ist er in Haft geraten. Und trotz allem wurde ihm da dann natürlich auch, anstelle, dass sie mal weiter ermitteln, wie zum Beispiel mal zu überprüfen, was er so sagt. Weil dann hätten sie das gleich gemerkt. Hieß es dann, du hast ja zu gestehen und fertig. Und 42 Tage lang hat keiner wirklich mal sich die Mühe gemacht, sein Alibi zu überprüfen. Und da sieht man halt eben einfach, es gibt echte Probleme bei der Polizei. Weil sowas darf eigentlich nicht passieren. Aber es passiert halt eben ständig. Ach ja, das ist halt auch wieder so ein Problem, wo Japan bisher gar nicht hingeguckt hat. Ja, und das ist auch so ein Problem, du kannst nicht das irgendwie mit Aktionen aus der Gemeinschaft lösen. Kann nicht irgendjemand aus der Gemeinschaft sagen und ja, wir werden das jetzt mit freiwilligen Kraft übernehmen. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht den in die Polizei stellen. Nein, das muss der Justizminister machen und der macht halt leider nichts. Gut, so, kommen wir zu unserem letzten Thema. Dann seid ihr uns, sind wir durch, seid ihr uns los, wollte ich gerade sagen. Nein, dann sind wir wahrscheinlich totgeschwitzt. Anominas ist ja wahrscheinlich jeden von euch im Begriff. Und die Geschichte mit dem Wasser aus Fukushima, das ins Meer eingeladet werden soll, ja wahrscheinlich auch. Und nun ist es so, dass das Kollektiv aus Protest über die geplante Einleitung Webseiten von Unternehmen, die in der Atomindustrie in Japan aktiv sind, angreift. Laut des Sicherheitsunternehmens Entity Security Japan wurden diese Cyberangriffe mittlerweile deutlich intensiviert. Zwar laufen die Webseiten alle noch, aber selbst die japanische Atomaufsicht sagt halt, uha, unser Traffic hat sich aber böse erhöht. Das liegt mittlerweile über das Hundertfache des üblichen Niveaus. Noch ist nichts passiert. Wir ergreifen gerade Gegenmaßnahmen, aber naja, das kann sich auch ändern. Und übrigens auch die LDP ist Ziel dieser Angriffe. Ja, das ist... Da kann sich dann keiner glauben, dass es die großen Superhacker auf einmal die Macht übernehmen. Das passiert nicht. Es ist eine Form von Protest, um halt Aufmerksamkeit da politisch hinzurichten. Eigentlich möchte ich das loben, aber es ist halt immer noch dieses Anonymous-Gerät. Und die Idee, dass man durch Cybersicherheitslücken Druck aufbaut, ist auf jeden Fall mir unangenehmer als normale Proteste auf der Straße. Wo du dich auf die... Naja, man greift halt die Wirtschaft an, im Prinzip um dadurch Druck auszuüben, weil wenn man die Wirtschaft angreift, dann passiert das eher und kann ich nachvollziehen. Ja, es ist schon nachvollziehbar, aber irgendwie so schwer... Man sagt doch, Protest muss wehtun, um gehört zu werden. Ja. Ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch manchmal formuliert, aber ja, weil nur lieb und nett sein funktioniert eigentlich nicht. Ne. Definitiv nicht. Leider nicht. Eben. So, damit sind wir durch für heute. Nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor, dem Blumenbar Verlag, der jetzt das Buch Mord auf der Insel Gokumon rausgebracht hat, der jetzt ab sofort erhältlich ist. Wie gesagt, wir verlinken euch das alles noch. Übrigens, wenn ich lesen mag, das gibt es auch als Audio-Hörbuch. Ähm, sehr gut für mich. Ansonsten, wie immer, habt eine schöne Woche. Verglüht uns bitte nicht, weil das soll ja erst ein paar Tage so warm bleiben. Ich glaube, nächste Woche, wenn ein Podcast auskommt, auch noch, aber ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ähm, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn ihr uns liken würdet, wo man uns liken kann. Und, äh, ja, wenn ihr weitere Japan-News sehen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.